Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu der wahrscheinlich letzten Halloween-Folge für dieses Jahr. Ich und das kleine, wunderschöne, singende Mädchen begrüßen euch heute zu einem bisschen Geisterbahn und Kürbisjagen. Und ja, ich hoffe, wir werden heute noch ein bisschen Spaß haben, bevor Halloween auch dieses Jahr wieder vorüber geht. So, ich stehe hier nun bereits in Silverglade und vor dem Schloss und hier werden wir jetzt erst einmal die Geisterbahn ausprobieren. Ich bin tatsächlich ein klitzekleines bisschen spät dran mit der Geisterbahn, denn ich habe sie seit dem Update noch gar nicht testen können. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Total traurig eigentlich, weil die eigentlich sehr, sehr cool ist. Aber wir werden das jetzt einmal zusammen machen und ich bin gespannt, wie sie dieses Jahr sein wird. Ob es genauso ist wie im letzten Jahr oder ob es ein bisschen was anderes ist. Ich weiß es nicht so genau. Ich bin wirklich super, super gespannt. Okay, gehen wir einmal rein ins Silvergladeschloss. Oh, hier stehen ja schon ganz schön viele Pferde. So, stopp! Genau, einmal absteigen und einmal hinein in die wunderschöne Geisterbahn. Wie ist das übrigens so bei euch im Real Life? Also, geht ihr da gerne in Geisterbahn rein oder eher nicht so? Ist das hier in Star Stable eher was, was ihr sagt, ja, das ist cool, aber in Wirklichkeit mag ich Geisterbahn nicht so sehr? Und das würde mich durchaus mal interessieren. Okay, es geht los. Könnte ruhig ein bisschen heller sein, ne? Okay, für eine Geisterbahn vielleicht ein bisschen unvorteilhaft, wenn es heller ist. Also, ich finde Geisterbahn, wo man sitzt und durchfährt, sind ganz okay. Kann man mal machen. Ich mag aber gar nicht so gerne Geisterbahn, wo man durchläuft. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ja, es ist echt schön gemacht hier, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich erschreckt, finde ich. Da finde ich es im Stall doch tatsächlich ein bisschen unheimlicher. Nichts passiert. Oh, Geist. Voll die Jumpscares hier. Erinnert mich wirklich sehr an dieses eine Spiel. Das gibt so ein Horror-Spiel, beziehungsweise so ein Spooky-Jumpscare-Spiel. Das haben wir schon einmal in einem Stream gemacht. Oder, nee, in ein paar Folgen waren das. Und da wurden dann auch immer solche Dinge eingeblendet, die eigentlich nicht gruselig sind, aber weil sie so plötzlich kommen, doch ein bisschen erschrecken. Und da sein erinnert mich das total. Mir fällt aber jetzt auch nicht ein, wie das Spiel hieß. Ja, Mr. Campbell, trust me. Das erschreckt wahrscheinlich noch am meisten. Aber es ist schon süß gemacht, finde ich. Oh, hallo. Ich würde gerne aussteigen und dir Hallo sagen. Oh, da hat sie sich aber erschreckt, ne? Ich habe das Gefühl, das geht länger als das letztes Jahr. Kann das sein? Vielleicht weiß noch jemand, wie es letztes Jahr war. Oh, da ist der Ausgang, glaube ich. Ja, es sieht nach Ausgang aus. Sehr schön. War eine sehr entspannte Fahrt. Sehr cool. Hat mir gut gefallen. Dann gehen wir jetzt nochmal runter zu der guten Eve, weil das möchte ich unbedingt auch nochmal dieses Jahr machen. Oh Gott. Vorausgesetzt, ich komme zu meinem Pferd. Welches ist jetzt mein Pferd? Du. Das andere sieht nämlich genauso aus wie meins. Tatsächlich. Ah, das ist von der Glosia. Oder? Warte mal. Ja. Also Glosia erkenne ich mittlerweile auch ganz gut. Okay, auf geht's zu Eve. Aber ich mag das Set auch wirklich total gerne. Und ich finde, Glosia steht das auch sehr, sehr gut, das Set. Okay, auf geht's in den wunderschönen Keller. Wir folgen einfach mal den slidenden Pony hier vorne. Ja, sehr schön. Ah, jetzt ist sie zurück. Okay, war vielleicht doch keine gute Idee, dem Pony zu folgen. Doch, geht. Jetzt muss ich mich einfach wieder umdrehen. Glosia ist da genauso gefolgt und denkt wahrscheinlich, ähm, Windy, wieso läufst du so komisch? Blake steht auch schon hier. Okay. Hallo Eve. Wie geht's denn so? So, so, ja. Das nehmen wir auf jeden Fall an. So, zack, zack. Äh, muss ich da jetzt selber reingehen? Oder muss, ich muss noch weiter mit ihr reden. Und absteigen. Okay. Schon ewig nicht mehr gemacht, ne? Ein ganzes Jahr nicht mehr. Okay, du hast einen Probeversuch. Danach kannst du dich einmal pro Tag der Herausforderung stellen. Ja, es ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass ich es mache. In diesem Jahr. Wie gesagt, ich bin da leider noch so gar nicht zugekommen in den letzten Tagen. Okay. Kürbis jagt im Schlosskeller. Oh, was sagt denn die Übersichtskamera? Ah, die sagt, wie es lang geht. Sehr gut. Gab's das letztes Jahr auch schon? Kein Plan. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass es da so eine Übersichtskamera gab. Da haben wir doch immer noch krass die Kürbisse gesucht teilweise. Und haben sie nicht gefunden. Denke ich zumindest. Dass das so war. Aber wie gesagt, bitte berichtigt mich, falls es nicht so sein sollte. Los, lauf. Geister, Immunität. Sehr schön. Das brauchen wir. Noch einmal erweitern. Geister, Immunität. Warte mal. Nee, ich gehe hier lang. Ich sammle die jetzt echt nicht so schlau ein. Ja, aber ich muss halt so eine Sackgassen auch mitnehmen, leider. Und jetzt, ja, und jetzt ist die Geister-Immunität. Oh, das war knapp. Oh, das war tatsächlich sehr, sehr knapp sogar. Okay, hier ist noch einmal Geister-Immunität. Sehr gut. Das brauche ich ganz dringend, diese Immunität. Und der muss natürlich auch noch mit. Puh, 44. Das sind ganz schön viele Kürbisse, ne? Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das so viele waren. Aber so viel Geister-Immunität, das hilft natürlich echt ungemein weiter. Auch wenn ich jetzt währenddessen gar nicht so viele Kürbisse, äh, nicht Kürbisse, Geister sehe. Ah, da habe ich noch einen, oder eine Reihe übersehen. Ja. Hier zwei. Hier vorne hatte ich doch noch welche gesehen. Hier. Und ich höre schon wieder irgendwo einen Geist. Warte mal. Okay. Jetzt habe ich hier bestimmt alle fertig. Da ist noch... Geist! Oh, schnell! Gehe ich einfach mal andersrum, genau. Und hier konnte ich dir auch einen sammeln. Okay. 70 habe ich gleich. Okay, gucken wir mal schnell auf die Karte. Äh, wo bin ich denn jetzt? Ach, da bin ich? Okay. Das heißt, hier nochmal ein Stückchen weiter. Oh, da. Genau da ist auch noch der Geist. Dann nehme ich erstmal die hier mit. Und dann machen wir uns nochmal... Ja, genau. Geh da weg. Ich brauche nämlich genau die Kürbisse hier. Noch sechs Stück. Ich bringe mich erstmal in Sicherheit. Nicht, dass dann doch noch ein Geist kommt. So. Wo bin ich? Da bin ich? Okay. Einmal hier so rum. Oh nein! Jetzt hat sie mich doch noch gefangen. Das gibt es doch nicht. Ich wollte eigentlich so ganz knapp... Ähm... Rum. Oh. Er hat mich in eine Geisterkammer gebracht. Ach so. Ist ja gar nicht so schlimm. Kostet mich halt nur Zeit. So. Dann gehen wir hier einmal so drum herum. Um die letzten vier Kürbisse einzufangen. Nur vier. Eins. Zwei. Hä? Oh, da oben. Okay. Das kriege ich hin. Einmal bis zum Schluss. Dann eine kleine Kurve. Ich brauche unglaublich lange, oder? So. So. Eins. Und der letzte. Oh Gott. Okay. Wo muss ich denn jetzt lang? Irgendwo müsste jetzt eine Tür aufgegangen sein. Ah, hier. Ich sehe es schon. Irgendwo hier eventuell... Ah, ja. Geschafft. Ganze drei Minuten und 53. Das ist wirklich relativ lang, muss man sagen. Aber ich war da noch nie gut drin. Also da einen Rekord aufstellen oder so, habe ich noch nie geschafft. Yay. Sehr schön. Aber das haben wir geschafft. Kann ich jetzt mit der reden? Ja. Ich bekomme was. Ich bekomme irgendwas. Sehr schön. Hat das geklappt? Nicht so gruselig? Nee, geht schon. Alles im grünen Bereich. Okay. Tja, ein bisschen Schillinge bekommen und irgendwelche XP. Das ist auch nicht schlecht. Sehr, sehr schön. Ah, und damit ist Halloween halt auch schon vorbei, ne? Es geht so schnell. Nur zwei Wochen... Hallo? Wieso bewegt sich mein Pferd nicht in die andere Richtung? Also bitte. Warum geht die Zeit immer so schnell vorbei, oder? Das ist super krass. Also ich finde, Halloween vergeht immer so super schnell. Aber naja, wie dem auch sei, ich finde, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ganze zumindest noch einmal anzuschauen, bevor es jetzt komplett weg ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das nächste Update am Mittwoch. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da angeteasert worden ist. Habe ich schon voll vergessen. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.